Sie können das Layout von fast jeder Seite Ihres Fotoprojekts ändern. Um das Layout des vorderen Deckblatts, des hinteren Deckblatts, der Staublasche oder einer einzelnen Seite zu ändern, tippen Sie auf die gewünschte Seite und dann auf das Symbol Seitenlayouts, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Ändern Sie die Seitenanordnung, indem Sie aus den angezeigten Optionen das gewünschte Layout antippen. Zu den Layout-Optionen gehören verschiedene Beschneidungen, Gruppierungen, Bild- und Textpaare, nur Text- und leere Seiten. Sie können auch die Anzahl der Bilder pro Seite anpassen, indem Sie auf die Option Bilder pro Seite auf der rechten Seite des Layout-Fensters tippen. Sie können zwischen 0 und 9 Bilder auf einer bestimmten Seite haben. Um mehr Layout-Optionen gleichzeitig zu sehen, streichen Sie auf der Registerkarte in der Mitte des Layout-Fachs nach oben. Mit Motiv haben Sie die Kontrolle über das Layout jeder Seite. Untertitelung des Layout-Fachs nach oben.